Ja, ihre Häfen könnten wir noch belagern, obwohl mit meiner spartanischen schwachen Flotte die Riesen-Athena-Flotte zu besiegen wird wohl eher schwer. Und meine Einnahmen sehen gerade prächtig aus, wenn man sich das ansieht. Hier steht immer, wie viel die jeweilige Stadt bringt, also wir verdienen. Rekrutiert auch hoffentlich was alle. Nein, es ist mir nämlich egal, ihr könnt mich gerne angreifen, soviel ihr wollt, ich bin mit euch im Krieg. Gut, jede Stadt, die mehr als drei Bewachungseinheiten hat, würde ich sagen, muss Einheiten abgeben für den Krieg. Korinth nehmen wir mal als Basis, als Ausgangspunkt. Ja, den Spartaner-Hoppliten muss ich mitnehmen. Von hier schicken wir noch Verstärkung nach Sparta wieder. Gut, wie lösen wir das? Okay, in Korinth haben wir einigermaßen Verstärkungseinheiten. Okay, was haben sie hier? Viele, viele Leute auf jeden Fall. Naja. Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir die Hauptstadt Athens, nämlich Athen, anzugreifen. Gut, wir haben einige Männer verloren und sie nicht so viele. Die Siedlung werden wir natürlich wieder übernehmen und damit gehört Athen Unsinn. Wir könnten hier auf der Karte mal reinzoomen. Und man sieht, glaube ich, schon, mein Land sieht relativ groß und stark aus und das gefällt mir. Okay, was tun wir als nächstes? Meine vereinigte Flotte aus zwei Schiffen darf jetzt mal hier auf Spionagefahrt gehen. Okay, die haben ja noch diese Siedlung. Haben sie die Insel hier? Nein, die haben sie noch nicht. Gut. Ist Athen denn mit sonst noch jemanden im Krieg? Athen, Athen, Athen. Ja, mit Tespien und Theben. Tespien und Theben. Dann müssen wir wohl schnell sein, damit wir noch die anderen Städte hier erobern können. Marathon soll mir gehören. Denk ich mal. Okay. Gut, wir haben mal die Seeschlacht gewonnen und jetzt greift unsere Rebellen an. Ich kann mich nicht zurückziehen. Nein, ich will nicht meine Flotte schon wieder verlieren. Ich brauche mal eine stärkere Flotte. Ja, gut, warum nicht? Oh, die nächsten Leute haben mir den Krieg erklärt. Hm, ich könnte jetzt natürlich Marathon erobern. Hm. Und jetzt muss ich sofort den verbleibenden Rest der Armee benutzen, um Athen wieder zu befreien. Gut, diese Siedlung übernehmen wir ebenfalls. Und hier, Ali Ami braucht auf jeden Fall einen Anführer für das, was sie jetzt tun muss. Oh Gott. Kommt schon. Ja. Gut, jetzt mal hier großartiges Einheiten zusammenschließen. Ja, Stratikos. Nämlich von allen. Und wir brauchen bald wieder neue Verstärkungseinheiten. Und ich habe gerade aber wenig Plan von, wo wir die noch holen sollen. Beide unserer Feinde haben hier fast eine volle Armee in der Stadt jeweils. Und wir haben kaum in einer Stadt überhaupt wirklich Armee. Ich meine, wir können schon aus der einen oder anderen Stadt eine Einheit holen, aber... Damit wird der Krieg nicht so leicht zu gewinnen sein, mit ein paar Einheiten aus der einen oder anderen Stadt. Geld haben wir natürlich. Das ist mal... Können wir vielleicht irgendwo... Söldner? Nein. Gut, sollen wir als erstes versuchen, Athen zu vernichten oder diese andere Siedlung hier? Und wo zum Teufel ist unser Agent? Ähm, das müsste hier irgendwo sein. Spion. Gut, du gehst jetzt mal hier hin. Okay, sie haben drei Siedlungen, Athen hat noch zwei. Also würde ich mal sagen, am wichtigsten ist es für uns schnellstmöglich, Athen zu vernichten. Und um Athen zu vernichten, brauchen wir eindeutig Schiffe. Also dürfen meine Städte jetzt neben den ultra vielen Einheiten, die sie schon unbedingt rekrutieren müssen, auch noch ein paar Schiffe rekrutieren. Wir werden sie brauchen, die Schiffe. Oh, ich kann mir keine mehr leisten, oder was ist hier das Problem? Ah, mein Hafen wird von Rebellen blockiert, glaube ich. Hier geht's nicht, hier ginge es. So, wo lassen sich noch Schiffe errichten? Gut, einigermaßen eine Flotte sollte schon entstehen. Und wir werden hier erstmal relativ friedlich verfahren. Wo ist denn unser bester General? Gut, der General hier ist nicht schlecht. Ähm, aus der Siedlung hier mal die besten Einheiten. Verschieben wir in diese Armee. Und, ähm, ähm, ähm. Gut, ich würde sagen, schließen wir in Athen Truppen zusammen. Und ein paar Truppen noch schließen wir ebenfalls dieser Armee an. Und hier zahlt sich das nicht aus. Gut. Wir haben hier erst eine einigermaßen schlagkräftige Armee. Ach ja, die Städte hier werden die überhaupt... So, rekrutieren müssen wir hier. Was geht? Und hier genau dasselbe. Ja, kann ich noch nicht hier noch... Okay, die KI soll Geld ausgeben. Das ist schon mal richtig. Gut, dann würde ich sagen, warten wir auf unsere Flotte und hoffen einfach, dass wir bis dahin bestehen können mit allen unseren Einheiten. Zehn. So, zwei unserer Städte werden belagert. Wir müssen beide unbedingt befreien. Beide Städte oder Stadtstaaten erfolgreich befreit. Die Athena-Flotte hat ein einziges Schiff nur. Dann würde ich mal sagen, nächste Runde versuchen wir den Hafen wieder zu befreien. Und wir holen uns jetzt mal wieder von überall Verstärkungstruppen nach Korinth. Und es sieht alles in allem, muss ich mal sagen, gerade ist nicht so gut aus. Auch nicht wirklich, dass wir verlieren, aber... Die beiden Großmächte hier auf Einwall zu bekämpfen, ist gar nicht so einfach. Gut, nächste Runde geht es mit dem Seekrieg wieder los. Und ich will Frieden mit einer der beiden Mächte. Nein, der ist mir zu schlecht. Okay, die Athena haben ihre Flotte zurückgezogen. Ich werde meine jetzt hier vereinigen. Ist doch eine einigermaßen schlagkräftige Flotte. Und jetzt hoffe ich mal, dass alle meine Siedlungen auch rekrutieren. Wo kann ich denn bessere Einheiten als die ganz normalen Standard-Hoppliten machen? Hier könnte ich ein paar Reiter zum Beispiel machen. Die Standard-Einheiten haben wir ja schon gesehen, die sind eigentlich sinnlos. Okay, neue Spartaner brauchen wir unbedingt. Oder Spartiaten, oder wie auch immer. Und dann würde ich sagen, das war es auch schon für wieder für diese Runde. Wir müssen hier wieder mal Armee zusammenschließen. Wie immer. Also hier Truppen zusammenschließen, meine ich. Aber das geht natürlich nicht, weil es verschiedene Einheiten sind. Was können wir denn sonst noch hier tun? Hm, naja. Auch mal egal fürs Erste. Okay, athenische Hoppliten. Die sind hoffentlich etwas besser als diese ganzen anderen Ultranub-Hoppliten. So, die kleine Einheit hier darf nach Athen. Hm. Mit dieser großen Armee könnten wir natürlich versuchen, Plataea zu erobern. Aber andererseits sind wir dann vermutlich einheitenmäßig so geschwächt, dass wir nicht mehr wirklich die Kraft haben, uns gegen die andere hier Seite-Fraktion zu wehren. Also, ähm, Theben. Wir haben hier mal einen Spartaner wieder. Gut, mit genügend Spartanern fühle ich mich aber auch sicher genug für einen Angriff. Ja, Stratikos.